Also, ist jetzt da auch nicht so viel auf den Kopf? Nein, natürlich. Also, jetzt ist es ja schon fast schönes Wetter für eure Verhältnisse. Ja, ja. Jutta, Freunde, wo ist der Bauern aus? Schwarzenberg, Malters, Luzern, auf dem Stefali, auf der Alp, auf 1280 Meter. Ja, siehst du? Ja, siehst du. Schablone, schon die gleiche brauche. Wie tonst du die jetzt? Ja, es ist 300 Meter. In der Zeitung von einer Woche haben wir 10 cm. 18,34? Ja. Passt nicht. Nein, ist ja. Hallo? Wursthandel. Da haben wir noch mal zwei. Und, Christine, was hast du da für Würste? Schafwurst. Schafwurst, ja? Die Christine macht da Schafwurst. Du musst die Etikette... Ja, warte, jetzt weisst du, da ist sie schön drauf, schau. Staubhoflamme. Seht man das? Staubhoflamme. Etwas ganz Spezielles. Wieso redest du plötzlich Hochdeutsch? Verstehst du die Weisse schon? Der Hans-Rudi weiss ich nicht. Du machst das drauf, ja. Du bist ja... Herzchen gewiss. Und Drüfenwegewerkzeug. Hast du sie mir gegeben? Prok und Kräte. Komm. Jetzt gibt es für den Bauer Hause eine leckere Käseschnitte. Jetzt bin ich in Spanien. Dann hätte ich so einen Tomaten gehabt. Nein, wir gehen. Schau mal raus. Auf dem Bänkli. Vor dem Haus. So, jetzt gibt es noch ein Dessert für den Bauer Hause. Eine Merenke. Merenke sagt man auf Dialekt. Und auf Hochdeutsch hat mir mein Kollege... Eventuell könnte das Baiser heissen. Mit geschlagenem Rahm. Mit geschlagenem Rahm ist Baiser oder Merenke. Kennt ihr das in Deutschland? Sagt mir doch das. Hast du schon angestellt? Hört ein bisschen hoch? Töne Kanzler. Töne Kanzler. Töne Kanzler. Töne Kanzler. Töne Kanzler. Töne Kanzler. Vielen Dank.